In diesem Jahr können wir noch so einige Seasons erwarten in Overwatch und heute schauen wir uns mal an, was genau wir dort erwarten können. In Season 5 wird es zunächst einen neuen Limited Time Event geben mit dem Namen Mischief & Magic. Ich kann nicht genau sagen, was genau das ist, aber es sieht halt ziemlich Fantasy-like aus. Aber dazu existieren dann noch keine näheren Informationen. Zusätzlich gibt es auch ein Cinematic Reveal, warum das jetzt große Ankündigungen in einer Season bzw. eine Roadmap findet, keine Ahnung. Ehrlich gesagt ist es jetzt nichts sonderlich Großes, vielleicht ist es ja endlich ein Souljump Cinematic, wer weiß, wer weiß. Und zusätzlich kommen die Summer Games zurück, was jetzt eigentlich auch nicht so besonders ist. Es ist halt dieser Modus, der halt jährlich immer wieder zurückkam in Overwatch. Neben diesen Kleinigkeiten gibt es zusätzlich noch eine 5.5 Minicamp Season und On Fire Care zurück. Das ist einfach nichts weiter als dieser Effekt quasi, dass man, wenn man viele Kills gemacht hat, dass man gebrannt hat. Also beides eher so Kleinigkeiten, die jetzt nichts Besonderes sind, zumal On Fire 1 das weiter ist als ein alter Effekt, der halt auch wieder eingeführt wird, warum auch immer er überhaupt entfernt wurde. Und zusätzlich gibt es noch dann einen neuen Creator Workshop Mode, was prinzipiell für die meisten auch weniger interessant sein wird. Kommen wir nun zur Season 6. Und tatsächlich fängt hier die Enttäuschung an, weil da steht was ganz Großes drin von Story Missions. Ihr könnt euch vermutlich denken, oder ihr wisst es schon, der PVE-Modus in Overwatch 2, ja, der Grund, warum Overwatch 2 eigentlich überhaupt released ist, ist komplett gestrichen. Es wird kein PVE-Modus geben, die Entwickler begründen es damit, dass sie quasi in der Entwicklung nicht vorangeschritten sind. Was ich prinzipiell sehr seltsam finde, weil Blizzard eins der größten Studios der Welt ist. Aber okay, wir müssen es halt leider so hinnehmen. Das bedeutet, es wird keine große Kampagne geben, es wird nicht viele Story Missions geben, es wird nicht viele Inhalte dort geben und es wird auch kein Leveling System für Helden geben. All das, was angekündigt wurde, wird es prinzipiell also nicht geben. Das Einzige, was wir bekommen, sind kleinere Missionen im Battle Pass. Vermutlich werden diese Missionen dann immer in den Passes sein, wo keine neuen Helden drin sind. Aber zumindest bekommen wir in Season 6 dann auch noch einen New Support Erode. Dazu gibt es auch keine näheren Informationen, halt außer, dass auf dem Bild, besonders im Hintergrund davon, Berge und ein bisschen Nebel abgebildet sind. Entweder ist es einfach nur an Designentscheidung oder halt es wird ein Held aus den Bergen sein, der weit oben lebt, aufgrund dessen, dass da halt Nebel ist. Aber mehr weiß man zu diesen Helden noch nicht, zumindest sind mir keine Leaks oder ähnliches bekannt. Außerdem kommt das Season 6 noch... Ja, wirklich, ich soll vielleicht nicht das morgens aufnehmen, aber gut. Außerdem kommt mit der Season 6 auch noch der neue Modus Flashpoint. Auch hier weiß man nicht wirklich genaueres, aber vermutlich werden dann mit zwei, drei Maps kommen. Und es ist auf jeden Fall Komo, das heißt, es kommt nicht in der Cade. Das heißt also, es wird ein neuer Modus in Quickplay und in Ranked. Außerdem kommt noch in Season 6 Hero Mastery, was wahrscheinlich das ist, was eigentlich eine Story-Mission sein soll, dass man quasi die Helden in irgendeiner Art leveln kann. Das sind prinzipiell einfach nichts weiter außer, man hat halt verschiedenste Missionen für Helden, die erfüllt man dann. Zum Beispiel einfach mache so und so viel Damage und wenn man das in einer bestimmten Zeit schafft, kriegt man halt prinzipiell irgendwas. Irgendwelche Items, irgendwie Gold, Skins, was auch immer. Zusätzlich kommt in Season 6 auch noch Firing Range, was prinzipiell so eine Art Schießstand ist. Das heißt quasi, man kann zum Beispiel Drohnen oder irgendwelche Schilder ähnliches. Die Geschwindigkeit einschalten, wie viele kommen, wo sind die, wie weit entfernt sind die. Da kann man quasi drauf schießen, gucken, wie gut sein Aim ist und das halt gegebenenfalls damit verbessern. Also prinzipiell auch nichts Großes, Besonderes. Es ist halt, wenn man so sehen möchte, nichts weiter als eine Erweiterung von benutzerdefinierten Spielen beziehungsweise die Möglichkeit quasi in dieses Headquarter zu gehen, um dann halt seine Helden auszuprobieren. Außerdem wird es so ein Player-Progression-System geben, was jetzt nicht bedeutet, dass die Level der Accounts zurückkommen, sondern dass eher quasi so ein Level für Quick-Play kommen, Level für Ranked oder halt Level für Tank. Das heißt, du spielst für Tank, dann schlägst du halt quasi mit der Tank-Klasse auf. Und zusätzlich kommt noch vieles mehr. Und dann zur Season 7 und alles danach kommt erstmal ein neuer Tank-Crew. Das ist ja klar, es sind immer diese Abwechslung. Außerdem kommt ein neues Event mit irgendeiner Kollaboration, vielleicht den One-Punch-Man, weil da gab es ja jetzt prinzipiell nichts weiter außer diese Ginz, die dann mit 2 FPS im Hauptmenü rumgetanzt haben. Es kommt eine neue Map für Control, es gibt wieder das Winter-Event, es gibt neue Missionen für Hero-Mastery und da sieht man nochmal, dass es Multiplayer ist, das bedeutet quasi, es ist nicht für PvE. Außerdem kommt auch ein Roadhog-Rework, was auch immer das ist, kriegt eine neue Fähigkeit, werden die nur ein bisschen abgeschwächt, stärker macht, wer weiß, wer weiß. Außerdem kommt ein Fan-Favorite-Mode zurück, was auch immer das für ein Modus ist. Es gibt ja verschiedenste Modi, die tatsächlich relativ gut ankamen. Außerdem gibt es mal wieder ein Cinematic-Debüt. Ich weiß auch immer noch nicht, warum die so großen Anklang finden müssen, also warum die hier in der Roadmap stehen. Kann man eigentlich so reasen, aber gut, steht da drin. Dann kommt Competitive Mystery Hero Returns. Da kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, was es ist. Ich habe Overwatch 1 nicht so viel gespielt, da könnt ihr gerne in den Kommentaren schauen, ob ihr wisst, was genau damit gemeint ist. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Genauso wie Lore-Kodex, da kann ich auch noch mit nicht so viel anfangen. Außerdem gibt es auch ein Sombra-Rework, warum auch immer das, ich weiß es nicht, aber es gibt es. Und nun kommen wir Ende nochmal ganz kurz zu meiner Meinung. Also ich muss sagen, Season 5 ist ja wirklich nicht so bestückt mit sonderlich viel Inhalt, weil prinzipiell ist sogar hier on fire eine große Ankündigung. Wenn die großen zwei Slots hier sind mit Mystery for Magic und neuer Limited-Time-Mode, ist halt prinzipiell halt dasselbe. Es gibt ein Cinematic und die Summer Games, was jetzt ehrlich gesagt alles nicht so besonders ist. Season 6 wiederum hat sehr viel Inhalt. Ich meine, es gibt einen neuen Modus, es gibt Story-Missions, es gibt einen neuen Support-Tutors, es gibt Hero Mastery, es gibt ne Fire-Range. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat auch einen Grund, warum gerade Season 6 so voll ist mit ganz so viel Kram. Und warum Season 5 so wenig hat. Ich bin nämlich mal fest der Meinung, dass ich vier Inhalte hätte in der Season 5 auch releasen können, in die Season 6 gepackt haben. Einfach von der Tatsache abzulenken, dass Season 6 kein PvE-Modus benötigt wird, beziehungsweise es keinen PvE-Modus an sich geben wird. Sondern halt nur diese Story-Missions. Dass die Leute sich quasi darauf konzentrieren, aha cool, die Mission, es gibt neun Dings, es gibt das. Dass ich sich halt mehr auf anderes konzentriere, natürlich auch wirklich die Tatsache, Das ist der Grund, warum Overwatch 2 released wurde, komplett abgeschafft, beziehungsweise eingestampft wurde. Und der einzige Grund mittlerweile nur noch Free-to-Play und teure Skins sind. Weil alles andere hätte man auch hundertprozentig so in Overwatch 1 releasen können. Zu Season 7 und alles danach, ja, ist ja prinzipiell jetzt nichts Besonderes. Da steht jetzt nichts drin, wo ich sage, oh geil, da freue ich mich ganz besonders doll drauf. Es gibt halt prinzipiell das, was schon vorher klar war, neuer Tank, neue Map. Nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. So, und das war prinzipiell der Inhalt von Season 5, 6 und 7. Was haltet ihr davon? Wolltet ihr euch doch lieber ein PvE-Modus wünschen? Schreibt's doch gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.